Hallihallo und einen wunderschönen Donnerstag Nachmittag. Wir haben gerade ungefähr 8 Uhr dienstags, das ist meine Aufnahmezeit, und von daher fangen wir jetzt auch hier direkt an. Nicht mehr eingespielt, wie es denn im letzten Part zumindest der Fall war. Ja, was ist das denn? Ja, ja, mindestens. Mindestens. Shitty shit, glaub ich ja wohl. Yes, motherfucker. Was willst du jetzt, ne? Hohoho, hohoho, das ist verknappt. Egal, wir haben es geschafft. Okay. Okay. Nee, so nicht. Hier hoch, darüber, da runter, nee, auch nicht. Hier hoch, darüber, stehen, hm. Ich glaube, das war eben leider mehr Glück, dass ich das geschafft habe. Okay, ich versuche noch was. Nee, das geht nicht. Ja, shit. Ja, wieso das denn funktioniert? Ja, shit. Ja, wieso das denn funktioniert? Also, die sich, denke ich, schon ausgezahlt hat und die sich schon ausgezahlt hat. Und Dankeschön, da bin ich tot. Also, das hier habe ich jetzt, glaube ich, erstmal soweit geklärt. Das war natürlich sehr schlau. Nur da oben bin ich mir noch nicht so ganz sicher, das wird wahrscheinlich dann auch sehr viel mit Glück zu tun haben. Hier muss ich auf jeden Fall zuerst mal viermal springen. Eins, zwei, drei, vier, hier hoch, runter, Warten, Speed. Das ist doch, die Viecher sind so nervig. Das stimmt, den Weg darf ich nicht gehen. Das heißt, ich darf nicht direkt durch, sondern... So, nochmal nach rechts und jetzt hier nach oben und Warte drin und loslaufen. Ja, das war kurz, ne? Das scheiß macht 6A+. Sehr gut, sehr gut. Wo sind wir jetzt? Ah. Boah, das war so knapp. So. Ja, 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 ja. Alter. Bisschen liebe Behinderte. Lassen wieder kreisen. Da muss ich hier allerdings weg. Teilnahme Schliff drauf. Oh. Das Problem ist, ich glaube, dass... Das ist nicht das schwierigste, das der wird sein wird. Ich glaube, das ist einfach nur richtig... Ja. Aber hier haben wir uns schon mal rum getroffen. Aber jetzt sieht man, der kommt weg. Dann nochmal. Ah, shit. Wenn ich das mache, muss ich auch noch gucken. Aber ich bin schon mal froh, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich hier stehen bleibe, dass ich mich nicht drifte. Das ist halt so unfair, dass es hier durch diese Plattform geht, ganz ehrlich. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Meat Boys. Ich glaube, ich glaube, dass hier jetzt der Run unserer, der schöne Run unserer letzten Level hier ein Ende hat. Vor allem das schießt wie ein MG. Okay. Ja, okay. Ich glaube, ich habe auch noch eine Idee. Ich glaube, dass... Boah. Komm, komm, komm. Vielleicht... Vielleicht wenn ich rechts bleibe und dann nur hoch springe, muss ich dann zum Schluss runterfallen lassen. Vielleicht. Ne, eben nicht. Aber... Ich muss ja nichts leiden. Dann kann ich ja weg springen. Okay. Wieder was gehört. Ja. Ist das euer Ernst? Jetzt geht es nicht mehr. Dann bin ich ja zu langsam. Okay. Das ist natürlich auch nochmal ein Versuch, hier am Anfang einfach hoch zu springen. Dann müsste ich nur gucken, wie ich den Rest managest. Willst du jetzt weg springen? Hm. Es ist halt so ätzend, wenn du siehst, dass unten nochmal genau derselbe Schild auf sich wartet. Boah. Lächerlich. Lächerlich. Lächerlich, wenn man sich überlegt, dass da überhaupt drei Dinger kommen. Was hältst du davon, wenn ich hier direkt drüber springe? Nichts hältst du davon. Sehr gut. Vielleicht sollte ich gar nichts auf dieser Plattform verharren. Sondern euch mal da oben hinstellen. Ich wollte schon sagen, dann schießt es nicht. Aber... äh... Puste oben. Okay. Das bringt auch nichts. Das kommt noch und fickt mich. Ist... ist so lächerlich. Immer auf den letzten Metern. Okay, das geht nicht. Habe ich glaube ich schon das dritte Mal versucht. Aber naja, gut. Ja, gut. Ja. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ey, plass auch noch. Alter Junge. Weißen mal einer. Ich pack's nicht. Ja, oh puh. Nö. 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 Wieso bleibe ich schon stehen. Kann man das bitte einer erklären? Nö. Dachte ich mir. So schlecht, das verbindet. Vielleicht einfach links weiter. Links weiter. Hm. Das war so gut eben. Oh je. Vielleicht nicht so schnell rennen, mehr auf Kontrolle bauen. Wenn man hier die Shift-Taste loslässt, also mit Shift rennt man ja. Vielleicht mal loslässt, bekommt man mehr Kontrolle. Ich sehe aber schon mal. Nö. 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 Da ist man natürlich gefekt. Das heißt, ich muss drei Wellen abwarten. Geht das so abwarten. Das war auch nicht gut. Ah, stimmt ja. Das ist ja auch nicht zum Stehen bleiben. Den noch ausweichen und ab runter. Ohh! Ohhhh. Schon wieder so knapp. Okay. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. So. Boah! What the fuck? Wozu haben die mich da bitte hingebaut? Ich möchte bitte eine. Anlauf! Oder vielleicht doch kein Anlauf. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg? Na und ich einfach mal nicht. So. Springt er so, springe ich drüber. Das ist glaube ich so ein knackiges Level hier. So. 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 Vielleicht warten lieber. Das sieht so richtig, richtig böse aus. Ich glaube wir haben erst 10 Minuten. So. 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 Wie das versteht. Ah. Oh. Also ich hab den Weg auf jeden Fall verstanden. Ich weiß wie das funktioniert. Okay. Okay. Ich glaube das läuft. Ich glaube das schaffen wir. Toll das ist einfach so eine Sache wo man bisschen lernen muss. Aber äh. Ich glaube das passt. So. Dann komm mal Meat Boy. So. Warten. Springen bestmöglich. Ja. Ich leise mir echt nochmal den letzten Fehler den es gibt. Und ich sehe schon das Ende. Da kommen wir dann raus und müssen dann nochmal überleben gegen dieses komische schwarze Vieh. Also wenn das den Boss darstellt dann bin ich auch ganz verschluss. Mal sehen mal die Schwarze, die wir hier nicht raus wissen. Man merkt schon die Todeszahl nimmt deutlich zu uns. Es ist halt blöd das wir hier mal ein bisschen zu langsam sind und dann warten müssen. Aber oh mein Gott. Wir haben Zeit. Noch 8 Minuten glaube ich. Ich kann das leider nicht mal ganz nachvollziehen. Da ich ja wie gesagt mit dem Timer kurz ausgestellt hatte. da ich mir das 1 Level angucken wollte ich habe da auch den Weg gefunden auch da habe ich den Weg gefunden, ja da werde ich einfach chillen ach, das fährt wieder zurück also soviel zum Planen wir werden da gleich den Sprung ganz normal machen da wo wir dann so blöd da stehen und warten werden wir uns einfach nochmal in Deckung geben und dann ganz gechillt in Richtung Sieg laufen das war blöd, weil da habe ich zu lange gewartet jetzt ziehe ich das aber auch gerade unnötig in die Länge, echt ja, da muss ich vorher ruhigstehen das ruhigstehen ist hier wirklich großgeschrieben in den Levels zuerst hier ruhigstehen dann da ruhigstehen dann auch wieder rechtzeitig loslaufen es kombiniert halt so 4 oder 4 doch, ja 4 einzelne kleine Challenges in einem was mir leider richtig Probleme beschafft das dachte ich mir jetzt brauche ich nämlich ganz zum Schluss nochmal mächtig Glück damit das funktioniert stimmt, hier muss ich gar keinen Schwung haben aber gut, das andere hat wenigstens geklappt das war mir auch ein bisschen zu knapp mit dem Auge da denke ich kann man das doch auch noch deutlich bravuröser lösen ich bringste hier, gehste da runter, okay das sah doch schon besser aus und jetzt einfach Glück Glück steh mir bei und jetzt haben wir noch genau 5 Minuten für Boss, nämlich Babylon und dann hätten wir hier die Hölle fertig, ah ne es ist Little Horn okay, gucken wir uns erstmal die epische Zähne an Scheiße kommen komische Dinger geflogen da ist mir ins Auge pieksen ja, da ist er wieder tot Gute, klar schon Dr. Face ich hoffe es ist kein Level wo die Lava steigt ich hoffe es ist kein Level wo die Lava steigt ja, ja, mhm, 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 okay links, mhm, ah ja, okay das ist so ein Boss, den man schön auslösen kann links, dann stehe ich mich hier hin und spring drüber gearscht mein Freund ja, ja mit der Fresse ja, mit der Fresse warte mal ist der behindert? okay, solange wenn es jetzt nochmal links ist, dann bin ich für sich, dass es immer gleich ist ja und damit ist es ein Boss zum Auslösen und damit auch bis jetzt noch einfachste mit der Fresse also wenn du jetzt links schlägst jetzt bleibe ich hier rechts stehen und wir sollten dann der plauz da naja, komm, rein mit der Fresse öööö, bin ich dumm oder was? ööööööööö, Okay, Phase 2 haben wir jetzt auch gerade kennengelernt. Ich sehe es kommen, wir packen den Boss jetzt an und dann im nächsten Part als Cliffhanger besiegen wir ihn. Das finde ich ultra nice. So, jetzt sind wir kurz geraged. Eskalation! Okay, ich glaube, wenn ich schief stehe, will ich erst mal safe. Aber wie komme ich denn da raus? Irgendwohin muss ich ja springen. Okay, es war zu früh. Ich glaube, wenn ich links stehe, in der linken Hälfte der Mitte, und dann zum richtigen Zeitpunkt kurz rüber springen, läuft es, glaube ich. Hier dachte ich mir schlechthin. Okay, jetzt kommt das zusätzlich wieder. Oh, war das knapp. Zweite Beule. Okay. Macht er wieder dasselbe? Okay. Okay. Jetzt letzter Versuch für den Part. Wenn es jetzt nicht klappt, dann erst im nächsten. Aber okay, das Boss-Schema ist cool. So gefallen mir die Bosse schon eher als die restlichen. Und die waren doch relativ abfuck. So. Wir schauen uns mal wieder hier hin, wenn das wäre natürlich ultra, wenn jetzt dadurch hier nichts hinfällt. Fast. Fast. So, links, rechts, sonst muss ich springen. Oh, ach, oi. Jetzt springt der da. Oh, ich war das knapp. Yes. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich werde den Versuch jetzt auch noch hier reinschneiden. Und danach ansonsten sage ich goodbye. Ich konnte das jetzt hier auf mir sitzen lassen. Also es war einfach zu dumm, der Fehler. Es war ein Fehler, der nicht passieren müsste, weil wir das schon gelernt haben. So, Beule sitzt. Links hinstellen. Ne, jetzt ist Schluss. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.